Okay, hier voran. Hier unten ist der nächste Großangriff am Laufen. Und ich fürchte, dass wir den tatsächlich nicht mehr abgewehrt kriegen. Abarsch! Es wird auf jeden Fall verdammt eng dieses Mal. Wir brauchen, wir brauchen, wir müssen in die nächste Zeit aufsteigen. Das hilft alles nix. Wir brauchen noch 700 Nahrung dafür. Komm, hier, die Kanonen. Eieieieiei! So, Nahrung ist jetzt ganz wichtig. Was machen die? Egal, mir ist es recht. Komm! Komm, geh mal bitte in die Bude hier rein. Okay, um den Rest kümmert sich jetzt hoffentlich die... Dings... Wir müssen... Scheiße. Gut, ihr seid jetzt erstmal Gruppe 1. Und ihr dran. So. Jetzt Marktplatz bauen. Können wir einen Marktplatz bauen? Jawohl, hier. Aber das machen die Goldleute. Und dann müssen wir Gold kaufen und dann müssen wir aufsteigen. Äh, Nahrung kaufen. Es sind weitere Schiffe eingetroffen. Ja, Schiffe bringen mir nichts. Ich brauche Truppen. Ich gehe jetzt. So. Zack. Und dann hätte ich gerne die drei Travois. Travois! Und die Herrschaften hier. Fuck. Genau, das kann ich jetzt machen. Und zwar zackig. So, wie sieht's hier aus? Ihr Vorrücken. Die große Frage ist jetzt natürlich, was wir mit den Schiffen anfangen sollen. Ich kann es mir beim besten Willen gerade nicht vorstellen, aber... Was ist richtig? Ich gehe jetzt. Ich bin richtig. Na ja. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich Gold. Was haben wir hier? Nahrung ist gerade mal egal. Feld haben wir. Nehmen wir die Schafe. Ich bin bereit. Ich hätte diese zehn Mann hier, oder... Ja, genau, zehn Mann. Ich würde eigentlich ganz gerne... Kannst du zurück? Und du auch. Aber ganz schnell, Kamerad. Toll. Habt ihr gut gemacht. Bin ich wieder stolz auf euch. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ja. Ja. Ja, super. Ja. Ja, super. Eine Geschützgießerei und eine Plantage. Und ihr geht hier hin zur Mast. Sammeln Nahrung schneller. Ich bin bereit. Ich gehe jetzt. Ja, ich mache es. Ich kann das nicht schnell genug gehen. Dann beim nächsten Schwung holen wir uns auch Bürger mit dazu. Und ich hätte bitte gerne einen Trupp Kennierreiter für den Nahkampf gegen die... Ne? Ach, wunderbar. So, ihr seid in Gruppe 5. Dann möchte ich mal gerade gucken, was ihr gegen Türme ausrichten könnt. Nahezu nichts. Aber nahezu nichts ist immer noch besser als gar nichts. Wir machen das jetzt so auf eine Gorilla-Taktik. Mit den Breitseiten. So. Gut. Nahrung für Gold. Was kostet uns Artillerie? Ein Fünfer-Trupp. 500 Holz. Und 2000 Gold. Das ist natürlich brutal. Ich bin nicht glücklich mit. Dann gehen wir lieber erstmal... in diese Richtung. Holz. Zack. So, dann bitte die Bürger. Hier hin. Ja, komm. Und eine noch züchten. Dann haben wir hier unten 10 im Einsatz. Hier oben werden die 10 vollgemacht von den Schafen. Das Ding hier steht immer noch. Aber das können wir jetzt auch im Moment mal nicht ändern. Wichtig ist, dass die Franzosen hier nicht überrannt werden. Ich hoffe, die schaffen das. Aber bis jetzt sieht es gut aus. So. Ich brauche ein bisschen Holz. Und zack. Gut. Ändert nichts an der äußerst erbärmlichen Größe unserer Armee. Das ist gut. Ja. Prêt. Ja. 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 Prêt. 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 Ja, ich werde das machen. Ja, ich werde das machen. Attack! Ich bin bereit. Ja, ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Was? Wir? Okay. Gruppe 1, Gruppe 1, Gruppe 2. Gruppe 5, Gruppe 4. Okay, zur See sind wir relativ gut gerüstet. Möchte ich gerade noch mal gucken, wie überhaupt die Küsten im Moment aussehen. Ja, komm hier. Nein. Halt, 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 halt. Irgendwas schießt da. Oha! Sekundäre Kanonen sind extrem stark. Ja, ganz genau das meine ich. Äh, das können wir eigentlich vergessen. Jau, keine Vorstands hardcore. Jan? Genau, schon malblind. Ch verdict Brainse mit der Falle wiv? Der Mommy steht aber schon mal 버 smartest. Anapat das mit der Fallestom nicht nach? Ab so الفosing, jetzt werden wir der Falle und die Flulle gemäß. Oho, dann bin ich bez권er. Bad of ist schon mal wieder. So sind wir es auch nicht kein Len do Better? Okay, Taktikänderung mit der Flotte, ihr werdet alle Gruppe 4. Okay, dann bleiben wir mal hier stehen. Mit den Schiffen können wir gegen die stationäre Kanone nichts ausrichten, überhaupt. Die stationäre Kanonen sind hässliche Verteidigungsgebäude, Einrichtungen, was auch immer. So, und dann will ich jetzt unbedingt unsere Artillerie wieder haben. Das heißt, weiterhin Nahrung verkaufen. Ich will einen Fünfer-Trupp haben. Wir brauchen 500... Ja, schöne Sache. Sehr schöne Sache. Und zack. Dann können wir vielleicht doch noch Oberhand behalten. Können wir in die 4 aufsteigen? Nein! Mann! Der hättest dann nämlich wenigstens mal Forst gegeben. Ach du Scheiße. 500 Nahrung. So, was habt ihr hier? Ihr seid Holzfäller. Bitte, geht Holzfällen. Ja, hier, Action. Das ist mir mal gerade egal. Was haben wir hier? 40 Münzen. 40 Münzen sind durchaus interessant. Ich will es tun. Ich will es tun. Ich will es tun. Ja, genau so. Genau so. Hervorragend. Okay. Was ist dein Schuss? Watahari. So, 50 mal 15, 250. Das geht. Zack. Was wollte ich jetzt haben? Oh ja, die kennen ja Reiter. Als Nahkämpfer. Gegen Artillerie. Von hier aus werden dann Dragone ausgebildet. Hier haben selbstverständlich auch keine Mörser, gell? Nee. Redutenkanonen. fittherin. Nein. Es? Es. Es? Esto?